Liebe Freundinnen und Freunde der Staatsoper Hamburg, herzlich willkommen hier in den Deichtor-Hall. Hier entsteht gerade etwas ganz Besonderes, nämlich die Passione, die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, dirigiert von Kenner Gano und in Bilder gesetzt vom italienischen Künstler Romeo Castellucci. Ganz bewusst sind wir mit dieser Produktion hier in diesen Ausstellungsraum Deichtor-Hallen gegangen, nämlich ein Raum für zeitgenössische Kunst und genau so stellen wir uns eine heutige Version der Passion vor. Sie wollen sicher wissen, wie unser Spielplan 1617 aussieht. Nächste Woche wird er bekannt gegeben. Dienstag ab 10 Uhr twittern wir live. Bekannte Stücke, weniger bekannte. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017